Willkommen beim Wetter. Heute noch einigermaßen passabel. Noch einmal gehen sich heute in Österreich Sonne und Frühling mit über 20 Grad aus, bevor eine Kaltfront anrauscht und uns den Winter wieder zurückbringen wird. Schauen wir mal auf die Großwetterlage in Europa. Im Norden Europas über Skandinavien liegt das kräftige Tiefreiner. Auf der Vorderseite dieses Tiefs dreht die Luftströmung auf Südwest und sorgt für kurze Zeit dann für mildere Luft in den Alpenraum. Reiners Kaltfront ist aber schon quer über Deutschland zu uns unterwegs und bringt dann Kälte, Regen und auch Schnee. In Österreich überwiegt am Vormittag noch der Sonnenschein. Mit der noch anhaltenden Südwestströmung kommt sehr milde Luft ins Land. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad am wärmsten und am längsten sonnig wird es im Osten. Im Südwesten sind erste Regenschauer unterwegs. Am Nachmittag ziehen dann auch im Westen erste Schauer durch. Die 24-Stunden-Vorschau im Westen anfangs noch sonnig und mild mit bis zu 22 Grad. Am Nachmittag ziehen dichte Wolken auf. In der Nacht sind dann erste Schauer möglich. Im Osten geht es mit Sonne, Südwind und über 20 Grad durch den Tag. Am Nachmittag werden dann die Quellwolken häufiger. Es bleibt aber bis zum Abend noch trocken. 21 Grad am Nachmittag. Es wird also herrlich warm heute im Osten. Und so geht es diese Woche weiter. Im Westen geht sich heute noch ein bisschen Sonne aus. Dann rückt aber das Kaltfront von Tiefreiner an und bringt den Winter zurück. Im Osten kann sich der Frühling noch bis Mittwoch halten. Doch am Donnerstag kommt die Kaltfront auch hier an und sorgt für den Temperatursturz. Erst zum Wochenende beruhigt sich die Lage langsam wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017